E-Mails können nachträglich verändert werden. Hallo und willkommen zu den Outlook 2013 Tutorials. Nicht neu ist folgende Möglichkeit. Jemand schreibt mir eine Mail. Ich schaue mal, wo was drin steht. Hier steht ein bisschen was drin. Ich öffne die Mail und habe hier oben in der Gruppe verschieben, Aktionen stehen. Und bei Aktionen steht Nachricht bearbeiten. Ich klicke drauf und habe nun die Möglichkeit hier zu editieren. Hier neuer Text. Ich kann Texte verändern. Ich kann nachträglich hier die Objekte verändern. Ja, und wenn ich die Mail schließe, ich mache die Mail zu, sollen die Änderungen gespeichert werden. Jawohl, zack. Dann ist die Mail immer noch von 13.47 Uhr. Jetzt haben wir hier unten rechts steht es 14.55 Uhr. Ja, also das Datum ist hier nicht verändert worden und der neue Text ist drin. Gelegentlich kann man ja auch den Betreff verändern, wenn da nichts besonderes Knackiges drinsteht. Der Betreff. So sieht es in Outlook 2010 aus. Ich klicke einfach dahinter und ergänze Text. Ja, schließe die Mail. Und beim Schließen fragt der mal Speichern. Und das ist der neue Betreff der E-Mail. Die Frage, dürfen wir das? Unterliegt die Mail der Archivierungspflicht? Muss die unverändert auf dem Server abgelegt werden? Ja, also wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich mich auch dran trauen und das verändern. So, jetzt habe ich gerade verändert. Kann ich das denn auch nachträglich mir anschauen? Also, ich schalte mal den Lesebereich weg. Lesebereich aus. Und hier sehe ich ja, wann habe ich die Mail erhalten? 13.47. Und zu einer Mail gibt es immer eine ganze Menge Daten. Ich klicke mal auf Spalten hinzufügen. Hier in der Registergarde Ansicht, darin Register Ansicht, Spalten hinzufügen. Und hier gibt es bei den Mail-Feldern, alle E-Mail-Felder, da gibt es zum Beispiel, wann ist die Mail erstellt worden? Aha, wann ist sie erstellt worden? Das könnte ja spannend sein, ne? Wann ist die Mail erstellt worden? Wann ist sie geändert worden? Aha, klicke auf OK. So, jetzt habe ich hier zwei neue Spalten. Na, ich mache das Ganze mal ein bisschen, Moment, ein bisschen schlanker, dass hier Platz ist. Also, erstellt worden ist die Mail um 13.47. Das kann ich nachträglich hier nicht sehen. Firmintern kann ich manchmal sehen. Das ist mir schon passiert. Jemand hat um 14 Uhr die Mail erstellt und ich habe es um 16 Uhr erhalten. Da ist wohl zeitverzögert verschickt worden. Aber hier, da wollte ich drauf hinaus. Die Mail ist verändert worden. Ich habe hier nachträglich die Mail modifiziert. Die ist hier nochmal von mir 14.56 Uhr angepackt worden. Bei den anderen Mails, die habe ich hier gelegentlich auch bei den Tests hier hin und her geschoben. Also, die habe ich dann auch nochmal verändert. Aber normalerweise ist Empfangsdatum der Mail erhalten, ja, und geändert identisch. Ja, heute habe ich hier schon Kategorien gesetzt, habe hier die Fähnchen gesetzt. Ja, klicke einmal aufs Fähnchen und dann gibt es hier schon ein neues Änderungsdatum. Ja, also hier einmal draufklicken, schon habe ich hier was verändert. Meine Mail hier oben entspricht nicht mehr dem Original. Na, die weicht jetzt von der Kunden-Mail ab. Kann man machen, um nachträglich vielleicht reinzuschreiben, wie man reagiert hat auf eine Mail. Sollte vielleicht, klicke nochmal auf Aktionen, Nachricht bearbeiten, sollte vielleicht seine Änderungen mit einem Kürzel beginnen, damit man weiß, was hat der Kunde geschrieben, was habe ich ergänzt. Und das war es auch schon. Bis zum nächsten Video. Viel Spaß beim Ändern der Mails. Viel Spaß beim Ändern der Mails.